Ja, heute haben wir, denke ich, eine sehr wichtige Mail, weil da so deutlich wird, wie man sich fühlt, wenn man nach toxischen Beziehungen mal ein sicheres, bindungssicheres Dating macht. Schauen wir gleich mal rein. Einfersuchtskurs geht bald los in vier Tagen und ja, ansonsten mein Liebeskummer, Signature-Kurs, Unprogrammierung aus Liebeschips und so findest du alles, ja, logischerweise auf Liebeschip. Und wir legen mal los. Hallo Christian, vor knapp, mehr als einem Jahr habe ich Anfang 30 mich von meiner Borderline-Ex Anfang 30 getrennt, da ich nach einem heftigen Schicksalsschlag keine Unterstützung von ihr erhalten habe, sondern in der für mich schwierigen Lebenssituation ihre Wünsche weiterhin an erster Stelle stehen sollten. Ist ja immer so ein so klassisches Beispiel für mich, dass eine Beziehung irgendwie ungleichgewichtig läuft. Dir geht es schlecht und der andere dreht sich weiter um sich. Wer kennt nicht den Fünfer-Plus-Bowl? Ja, wenn ihr nichts damit anfangen könnt, ich habe ja so ein Umsonst-Paket geschnürt, findet ihr auch auf Liebeschip ganz am Anfang. Nach der Trennung blockte ich sie überall und habe es dank deiner Kurse und ein paar Sessions mit dir bis heute durchgehalten. Der Anfang war allerdings recht schwierig und durch potenzielle Rückfälle gefährdet. Trotz des Blockens bekam ich einen regelmäßigen Abständenbrief in den Briefkasten gelegt. Ich zog aus diesem Grund nach neun Monaten weg und hinterlegte mitsamt den ganzen Beweisen eine Kontaktsperre beim Amt. Ja, das ist so Commitment diesmal zu sich selber, Commitment zu dem Prozess, Commitment zu Nullkontakt, so sieht das aus. Also der Andrév Kolo hier, der macht halt Nägel mit Köpfen und dann geht es auch voran. Nach meinem Umzug folgten plötzlich Andro von SMS von fremden Nummern mit der Bitte, mich bei ihr zu melden. Ja, Karl, es gibt natürlich einen Grund, warum man sich getrennt hat. Ich meine, wie gesagt, das war natürlich vorher auch, wie das dann immer so ist, in diesen liebesüchtigen Beziehungen wahrscheinlich ziemlich onoffig. Und ja, jetzt kommt sie halt wieder an, aber es wird natürlich, ich mache es natürlich nicht genau richtig, weil es wird natürlich genau so weiterlaufen. Aber es ist halt auch, seine Grenzen werden nicht respektiert, wie sie auch vorher auch nicht respektiert wurden. Ich wechsle da also nochmal meine Handynuppe, das ist wirklich Commitment hier. Nach diesem kompletten Cut fing ich an, mein neues Leben in einer neuen Stadt, ohne der subtilen Angst vor neuem Kontakt auf meiner Ex wieder neu aufzubauen. Auch das hier, so die Stadt zu wechseln, das ist dieses Mindset, was wir brauchen, nicht, dass jeder die Stadt wechseln müsste, aber dieses, was auch noch, wie einer von meinen Coaches mich damals gefragt hat, wie weit bist du bereit zu gehen? Also was bist du bereit zu tun, dass du nicht immer wieder zurückgezogen wirst? Und ja, das kann auch mal sowas heißen. Ich entdeckte eine alte Leidenschaft aus meiner Jugend wieder neu und probierte neue Hobbys aus. Es tat so gut, nur auf mich zu achten. Und auf einmal traf ich in dieser Lebensphase auch neue Menschen, was vielleicht auch an meiner neuen inneren Offenheit lag. Ich merkte zum ersten Mal in meinem Leben, wie wichtig es ist, auf meine Bedürfnisse zu achten, mich nicht mehr von Frauen abhängig zu machen oder sie auf ein Podest zu stellen. Als Hardcore-Plus-Bull in der Borderline-Beziehung hatte ich mich selbst komplett aufgegeben und teilweise erniedrigt. Heute frage ich mich oft, wie es nur so weit kommen konnte und warum ich das nicht früher gesehen habe. Ja, diese Warum-Fragen, müsst ihr ja auch mal wieder drüber machen, die sind wirklich gefährlich. Damit kann man sich wirklich komplett den Tag versauen. Warum, 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 warum gibt es Corona? Warum gibt es Leid? Warum habe ich diese Frau getroffen? Warum habe ich diesen Mann getroffen? Warum ist schlecht das Wetter? Warum hatte ich eine Krankheit? Warum ist die... Also mittlerweile empfehle ich eigentlich immer zu sagen, ja, es gibt da keine Antwort drauf. Also man kann natürlich immer so im Nachhinein, ja, es sind bestimmte Muster und was weiß ich, aber warum gehen manche Leute so durch ihre Muster, andere gehen so durch ihre Muster. Ich glaube, bei ihm ist da auch so einiges passiert und warum läuft es mal so, mal so. Schwierig, ne? Durch den Fokus auf mich selbst und die neue Selbstachtung waren die ersten Dates nach einem Jahr Datingpause allerdings sehr ernüchternd. Ein Jahr Datingpause, Leute. Ich wollte zwei Frauen nach dem ersten Treffen nicht nochmal treffen, was diese sehr überraschte. Das sind diese neuen, das ist wirklich eine super Mail, diese neuen Erfahrungen. Plötzlich bist du nicht mehr plus fünf abhängig, sondern du ruhst in dir und dann findest du auf einmal Frauen langweilig. Und das habe ich vielleicht noch nie erlebt, ne? Ich will keine Ahnung. Und du sagst mal, ach nee, ich glaube, es passt nicht so richtig. Und du bist aus dieser Nealiness raus, ne? Andersrum ist das für Männer Alltag, ja. Es passte einfach nicht für mich und ich blieb mir selbst, aber auch den Frauen ehrlich gegenüber. Vor kurzem habe ich mich dann mit einer Frau getroffen, die mir auf den ersten Blick sehr sympathisch war. Auch hier wieder, das ist jetzt wie es normal ist, sympathisch. Nicht, oh, ich wusste sofort, wir sind Seelenverwandte. Ich wusste sofort, sie wird die Mutter meiner 27 Kinder. Ich wusste, ich habe so den Abspann im Rosamunde-Pilcher-Film gesehen. Nee, sie war sympathisch. Ja. Wir quatschten nach einem gemeinsamen Sportkurs ein paar Minuten. Ich weiß auch mal wieder auf Offline hin. Ich fragte sie nach ihrer Nummer. So einfach kann das sein, ne? Rief sie ein paar Tage später an, um ein Date auszumachen. Wir trafen uns, wir lachten und redeten viel. Wir küssen uns. Hangout, have fun, hook up. Textbook, Textbook. Wenn alle das so umsetzen würden, mit dieser sympathische Kerl hier. Ja, wird, wäre, glaube ich, wäre gut. Ja, wenn ihr auch da mehr wissen wollt, macht die fucking Datingkurse. Ähm, gerade, glaube ich, fast die meistgekauftesten Kurse. Ähm, so. Und wir wollten uns wiedersehen. Ihre Lebenseinstellung und ihre Werte passten zu meinen. Das war bei vorigen Dates oder Beziehungen oft anders. Keine Partys, keine Drogen. Keine 100 Freunde, ein gesundes Lebensspiel mit viel Sport, gleicher Humor. Das ist halt der Vorteil, wenn man Offline-Leute kennenlernt. Da hat man schon mal, das Hobby ist schon mal abgehakt, ne? Ähm, das Date fühlte sich leicht und unkompliziert an. Ich schreibe ihr nichts, sondern rufe sie nur an. Ja, dann machst du das schon echt gut. Äh, wenn ich ein Date ausmachen will, weil mein Leben tatsächlich sonst auch gut gefüllt ist. Das heißt, du musst es auch nicht faken oder so. Das ist einfach, ne? Sie wirkt lieb, herzlich offen, sehr weiblich und lässt sich gern führen. Ganz das Gegenteil meiner Ex. Soweit, so gut. Ich fühle mich, äh, nicht needy. Bleibe innerlich bei mir und spüre meine zwei Eier wieder. Ganz das Gegenteil von von mir vor anderthalb Jahren. Soweit, so gut. Gut, bis hierhin alles wunderbar. Jetzt gucken wir mal, ja, wie das dann doch. Leider ist es gar nicht so einfach. Ähm, ich meine, du machst das wirklich super hier. Aber wir sehen jetzt, was das Problem ist, wenn man nicht mal dieses alte Muster bedient. Allerdings habe ich beim ersten Date in manchen Momenten gemerkt, dass diese entstandene körperliche und emotionale Nähe mit Frauen für mich wieder sehr ungewohnt ist. Vielleicht, weil du die nie hattest. Vielleicht, weil es so eine, also zu deiner Borderline-Ex, äh, wie du sie nennst, eine Fake-Nähe war, so, ne? Also nur Intensität, aber keine echte Nähe, weil eigentlich haben auch Plusbowle häufig nicht wirklich echte Nähe erlebt in ihren Beziehungen, ne? Ähm, äh, und, ja, können auch so subtile, passive Bindungsängste auch mit an Bord sein. Das macht ein bisschen Angst, äh, vor was eigentlich? Fragezeichen Bindungsangst, Fragezeichen? Ja, ich fürchte schon. Das hat, glaube ich, die meisten Leute, die auf meinem Kanal haben auch, oder vielleicht sogar hauptsächlich Bindungsangst. Und dränge mich gedanklich auch ein bisschen von der Frau zurück, anstatt mich einfach auf sie einzulassen und es zu genießen. Naja, da es hier offensichtlich keine Red Flags sind, wäre das wirklich gut, da ein bisschen drüber wegzugehen, ne? Obwohl das Date eigentlich wirklich gut lief und ich ihre Art sehr mag. Vielleicht habe ich mich schon zu sehr an mein Single-Leben ohne Frau gewöhnt. Das mag sein, aber ich spüre hier zwischen den Zeilen die passive Bindungsangst rauskriechen, die du wahrscheinlich vorher durch, äh, ja, in Schach gehalten hast, durch, ja, toxische Beziehung. Könnte gut sein. Äh, obwohl das Date eigentlich... Ich genieße es mittlerweile wirklich viel für mich zu sein, bald alleine Urlaub zu machen, meine Hobbys durchzuziehen. Plane neue Projekte für nächstes Jahr und richte den Fokus allgemein auf mich und meine Familie. Ja, trotzdem gibt es Gründe, also man könnte jetzt so sagen, ja, dann bleibst du halt Single, kannst du auch, äh, aber es gibt Gründe, in eine stabile Beziehung zu gehen, weil einen das noch mehr schützt vor diesen toxischen Beziehungen. Wenn du jetzt ewig Single bleibst, gibt man auch so gewisse Risiken ein. Deswegen ist es schon nicht schlecht, wenn man in eine gute Beziehung kommt. Und, ähm, wird ihm, also schon wichtig, dem auch eine Chance zu geben. Gerade wenn das Universum sagt, so, jetzt riss mal jemand anders hier, was machst du denn damit, ne? Ja, okay, das eine wolltest du nicht mehr, das hast du schon mal geschafft, das Universum schickt dir neue Leute. Was, jetzt fragt das Universum, was machst du damit? Hier hast du eine, wie ich vermute, große Anführungsstrichen, normale Frau. Was machst du denn jetzt damit, ne? Wolltest du doch immer, ja, wolltest du auch immer. Und jetzt heißt das, und was machst du jetzt damit, ne? Kannst du die Nähe aushalten, das ist die Frage, ne? Da geht es wieder darum, vielleicht gesunde Grenzen zu setzen und das, äh, sie nicht sehr wegzuschieben, ähm, mal was für dich zu machen, aber auch, ja, committed zu ihr zu sein, ne? Also auch, äh, committed, mal jetzt auch im Sinne, dass du guckst auf, was sie braucht. Äh, das habe ich so in so einer Form noch nie getan. Ich habe nach dem anfänglichen Herzschmerz bei meiner Ex in meinem Single-Jahr keine Frau aus einem Mangel vermisst und auch nicht wie sonst aus Einsamkeit getindert oder ähnliches. Ja, und das teilt sich jetzt aus, sonst hättest du die Frau, glaube ich, nicht getroffen, ähm. Also wirklich, das, ja, ist da wirklich einen sehr kurzen Weg, was wirklich nur geht, wenn man wirklich absolut streng mit sich ist, ähm, und das teilt sich jetzt aus. Aber klar, jetzt ist es halt so, ah, okay, jetzt habe ich das. Und jetzt kommt so ein bisschen, sagt so die liebessüchtige innere Stimme oder das innere Kind oder was auch immer, oder innere Jugendliche, sagt dann, ja, und jetzt, wo ist denn jetzt das Feuerwerk? Wo ist denn jetzt das Feuerwerk? Wo ist denn jetzt die Geigen im Himmel? Und das ist jetzt wirklich ein, ähm, wichtiger Schritt, der, dem man, der echt nicht ohne ist und mit dem auch oft gar nicht rechnet, dass einem das schwerfällt, wie es einem wahrscheinlich schon immer schwergefallen ist, ähm, eine bindungssichere Beziehung einzugehen, so, ne, das quillt hier raus, ne. Hm, ich habe mittlerweile ein echt geiles Leben, die ich freudig getroffen habe, ist aber wirklich süß und ich freue mich, sie wiederzusehen. Aber ich habe nach dem ersten sehr ungewöhnlicherweise noch kein Luftschloss für unsere imaginären drei Kinder und den potenziellen Hund gesucht. Ja, das ist genau, das wäre das alte Programm, ne. Vielleicht ist das im ruhigen, langsamen Kennenlernen auch normal. Ja, absolut. Und das ist echt dickes Brett, sich daran zu gewöhnen. Das muss man wirklich sagen, ne. Für mich ist dieses Gefühl im Moment wirklich ungewohnt, weil das toxische Drama und die Verlustangst von Anfang an nicht getriggert werden. Ja. Da fehlt, ähm, fehlt so diese Edginess, ne. Ich, also, ich verstehe das total. Aber es ist hue oder hot, ne. Also, du kannst, also, eine gesunde Beziehung fühlt sich nicht edgy an, ne. Das können, glaube ich, auch nur Leute verstehen, die vorher toxische Beziehungen hatten. Fühlt sich nicht edgy an. Äh, äh, ja, dadurch, dass dieses Drama nicht ist, vermeidest du diese Tiefs natürlich. Aber du vermeidest auch, aber was du auch nicht hast, sind diese, boah, ich bin absolut auf so einem fünf Stunden Dopamin-High. Das ist es halt auch nicht, ne. Aber dafür ist es halt, hat es halt Substanz und es ist nicht so ein Luftschloss, ne. Äh, äh, ich warte regelrecht auf den toxischen Kick und einen Dopamin-Schub, ja genau. Aber er kommt nicht. Ich habe nicht das Gefühl, bei dieser Frau wieder in eine Co-Abhängigkeit zu rutschen. Ne, hört sich überhaupt nicht so an. Ganz im Gegenteil, musst aufpassen, dass du nicht, das ist jetzt die Aufgabe, nicht zu sehr in Minusbohr zu rutschen, so, ne. Äh, das wäre jetzt die Aufgabe. Von meiner Ex war ich nach dem ersten Dackelblick schon abhängig. Ja, das ist wirklich unglaublich, gerade wenn Menschen, die so ein bisschen emotional instabil, borderline ich sind, wie, also, was, ich weiß auch gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich weiß nicht, ob das nur dieses Bindungsmuster ist oder was die manchmal machen, dass man wirklich so schnell addicted ist, das ist echt abgefahren, ne. Das ist wirklich so Kryptonit für ganz viele Männer, ne. Äh, Dackelblick, bevor wir beim ersten Date schon nach 30 Minuten auf dem Sofa lagen und die Goldmedaille bei den damaligen Indoor-Olympics gewandt. Ja, also, ich meine, das ist völlig, also, müssen wir jetzt nicht drüber, äh, so Batsport auf dem ersten Date, äh, ja, kommt halt vor, ähm, ist, aber das ist genau, ähm, hab ja auch ein Video gemacht, so die toxische Frau, ich meine, da kann man sich natürlich nicht eigentlich sagen, der toxische Mann, die toxische Frau, äh, aber, äh, das kann man sich auch mal angucken, weil das sind so diese typischen Sachen, ne, so irgendwie reingezogen werden, äh, wirklich Lovebombing, wirklich, äh, wie außer, äh, Lovebombing-Schule, sag ich mal, wirklich, äh, höchstklassiges, so vermischt mit ganz viel, äh, Batsport und deine geheimsten Wünsche werden erfüllt und, ja, das, das ist genau der, der Stoff, der einen dann abhängig macht, ne, ja. Jetzt fühlt es sich ruhiger an, ich gehe es im Vergleich gewollt sehr langsam an und mache mir keinen Druck, wieder schnellstmöglich in eine Medaille abzuräumen. Ähm, ähm, nee, schnellstmöglich nicht, aber ich würde es jetzt, wie gesagt, du musst echt aufpassen, dass du jetzt nicht anfängst, Mauern aufzubauen, wenn jemand wirklich Nähe zu dir haben will, das ist jetzt die Aufgabe, das heißt, ich würde es jetzt auch nicht 20 Dates rausschieben, so, ne. Äh, ich will aus dem ersten Date auch keine größeren Sachen machen, als es war, das ist gut, das, was ich ja immer wieder sage, nicht in solche Fantasien gehen, sondern jedes Date für sich angucken und dann gucken, was macht das nächste Date und, ja. Was hätte ich auch mit anderen Frauen? Eigentlich habe ich ja nach jedem Date, das mir gefallen hat, immer Schlafprobleme, weil ich ständig an sie denken musste, ja, diese Frau triggert das nicht und das ist verdammt gutes Zeichen, ne, das ist auch, das ist nicht nur deine Arbeit, das ist auch, dass du jemanden gefunden hast jetzt durch deine Arbeit, der das nicht mehr triggert, das ist eigentlich genau, was du haben willst, ne. Aber es fühlt sich ungewohnt an, da kann ich dir leider, also letzten Endes musst du da durch, ne. Aber man kann, man gewöhnt sich irgendwann dran, aber trotzdem, es ist wie auf Entzug und vermute mal, wenn man so eine Drogenkarriere hatte, muss man sich auch daran gewöhnen, dass man diese Kicks nicht mehr hat, so, ne. Und dafür hast du natürlich was Stetiges, ja, das ist wie es ist, ne. Ja, also Schlafprobleme und probierte überspitzt gesagt gleichzeitig schon den passenden romantischen Popsong für unseren möglichsten Jahrestag rauszusuchen und textete die Frau mit irgendeinem Bullshit voll. Jetzt ist es halt anders und ich wundere mich, dass die Frau so ein großes Interesse an mir hat, weil du nicht diesen nidi Vibe ausstrahlst, der war zwar für deine Borderline-Ex, war das irgendwie passend, da hat sich schon mal drauf gestanden. Aber mit Frauen, die ein sicheres Bindungsmuster haben, kannst du damit keinen Blumentopf gewinnen. Aber der Haltung, die du jetzt hast, das ist attraktiv, das ist in deiner Polarität, das ist ein bisschen laid back, das ist nicht nidi. Und dann hast du das Gefühl, du tust gar nichts und kriegst ganz viel, wenn du in toxischen Beziehungen ganz viel tust und nichts kriegst. Das ist eigentlich ein guter Spruch. Ja, sondern einfach nur ich war und nicht den roten Teppich mit Sektempfang ausgerollt habe. Eine Waffe und eine Cola vom Marktstand reichen anscheinend manchmal auch, um ein nettes Date zu haben. Ja, es braucht nicht viel. Also das ist, ich meine, jetzt für dich, wirklich versucht er jetzt nicht in so eine Bindungsangst zu fallen. Für wenige, die das hört, so, das ist wirklich eine krasse Erfolgsmail mit dem Problem, die es an diesem Punkt dann jetzt gibt. Und hier kein Tinder, kein Okcupid, kein Dies, kein Das, sondern gutes Altes, zum Sport gehen, merken, da ist ein Vibe, Ansprechen, Date ausmachen, anrufen, Hangout, have fun, hook up. Ja, schreibt gerne mal, wie das weitergeht, würde mich sehr interessieren. Und ja, also, wer hat sich Glückwunsch bis hierhin, alles richtig gemacht. Sehr gut, sehr, sehr gute Arbeit. In diesem Sinne, könnt ihr auch eure Fragen gerne über ein Formular auf liebeschimp.de schicken. Wenn ihr auch solche Wege gehen wollt, macht die fucking Kurse. Es gibt wirklich ein abgestuftes Kursprogramm, wie man sich aus toxischen Beziehungen befreit, nachhaltig. Und ja, wir sehen uns bald wieder.